Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über dein Interesse an Wein und meinen neuen Online-Weinkursen. Mein Name ist Florian Bolt, ich bin Weinakademiker und möchte dir mit diesem kurzen Video meine neuen Online-Weinkurse im Detail vorstellen. Wenn du dich fragst, wo steht dieser Typ gerade, das ist zwar mein Weinkeller, aber das hier ist nur eine Fototapete. Ich hoffe, euch geht es trotz der Corona-Krise gut. Ich habe die Zeit bestmöglich genutzt und habe für euch 13 Online-Weinkurse kreiert. Die könnt ihr auf der Homepage www.online-weinkurs.de finden und dort stehen dann auch alle Details. In diesem kurzen Video möchte ich euch aber noch ganz kurz erklären, was euch bei mir erwartet. Ja, vielleicht gleich zu Anfang die Frage geklärt, für wen diese Kurse gedacht sind. Eigentlich an alle, die gerne Wein trinken und sich gerne für dieses faszinierende Getränk näher befassen möchten. Ich biete euch 13 Online-Weinkurse an, mit ganz viel Wissen gespickt, ganz detaillierte Behandlung der einzelnen Fragen, sodass ihr wirklich einen großen Kompetenzzugewinn haben werdet, wenn ihr diese Kurse bei mir bucht. Es sind keine Wischiwaschi-Kurse, wie ihr sie vielleicht woanders im Netz findet. Hier geht es wirklich darum, Weinwissen zu vermitteln, ganz nach meinem Motto. Wein verstehen, Wein genießen. Ja, und warum gerade ich? Ich bin seit 2015 Weinakademiker und bin stolzer Besitzer des WSET Diploma in Wine in Spirits, was mir letzten Endes die Kompetenz verleiht, euch diesen Weinkurs anbieten zu können. Ich mache seit 2012 Weinseminare in erster Linie für Konsumenten und das verleiht mir die entsprechende Erfahrung, euch ein gleichermaßen interessantes als auch unterhaltsames Weinseminar anbieten zu können. In diesen acht Jahren haben sich natürlich eine Menge Fragen ergeben von eurer Seite und auch, um ehrlich zu sein, wiederholen sich die immer. Deswegen habe ich euch auch einen Schnupperkurs erstellt mit den fünf wichtigsten und häufigsten Fragen aus acht Jahren Seminarerfahrung. Diesen Kurs könnt ihr ganz ohne Registrierung und Kosten bei mir auf der Homepage www.online-weinkurs.de ansehen. Insgesamt 13 Online-Weinkurse, die ersten beiden davon sind reine Theoriekurse, das soll heißen ohne Weinprobe. Im ersten Kurs mit dem Titel Von der Rebe in die Flasche geht es zunächst darum, was Wein eigentlich ist, aus welcher Pflanze er gewonnen wird und am Schluss auch, wie der Wein ausgebaut und abgefüllt wird. Im zweiten Kurs mit dem Titel Wein richtig kaufen, lagern und servieren wird es dann schon viel konkreter. Das soll heißen, ich versuche euch die ersten Hilfen zu geben, wie ihr euch in dem Dschungel Lebensmitteleinzelhandel in Bezug auf Wein zurechtfindet, wie ihr Wein optimal lagert und wie ihr ihn dann auch perfekt serviert. Im Anschluss daran folgen 11 praktische Kurse, in denen wir insgesamt 23 hochwertige Weine verkosten werden. Die Weine wurden mir freundlicherweise für die Produktion von Vinexus zur Verfügung gestellt und die Weine findet ihr auch ab sofort in meinem Shop auf www.online-weinkurs.de. Dort sind die Weine schon in den passenden Sets zusammengefasst, passend zu jedem einzelnen Weinkurs. Die Weine starten bei mir ab 24,90 Euro im Dreier-Set und die Preise sind annähernd ähnlich wie bei Vinexus direkt. Der erste praktische Kurs ist fast schon der wichtigste. Dort geht es nämlich um die Verkostungstechnik und ich versuche euch, die Unterschiede zwischen Geschmacksrichtungen und Aromen näher zu bringen und vor allem wie man Wein richtig verkostet. Zum Verkosten braucht es aber auch die richtigen Gläser. Deswegen bin ich sehr froh, euch die Weingläser von Zalto präsentieren zu dürfen. Zalto hat mir freundlicherweise die Gläser auch zur Produktion zur Verfügung gestellt und auch diese Gläser findet ihr bei mir im Shop. Ich persönlich bin absolut begeistert von den Zalto-Gläsern. Meiner Meinung nach sind es die besten Gläser, die man für Geld kaufen kann. Der große Vorteil, wenn ihr dieselben Gläser zum Verkosten verwendet wie ich, wäre, dass unsere Sinneseindrücke völlig vergleichbar und reproduzierbar sind, was den größten Lernerfolg für Dichtern garantieren würde. Die Gläser gibt es bei mir auch im Shop im 1er-, 2er- oder 6er-Pack und die Gläser beginnen bei 28,90 Euro. Im vierten Kurs geht es dann um die objektive Beurteilung von Weinqualität. Ich erkläre euch, wie anhand von wenigen Kriterien Wein objektiv beurteilt werden kann, ganz abgesehen von den eigenen individuellen Vorlieben. Aber ganz ehrlich, das bedarf einer Menge Übung. Ich kann euch da nur quasi die Anleitung geben. Ohne praktische Übung kommt ihr aber da nicht drum herum. Dann folgen die drei klassischen Weinfarben, jeweils im einzelnen Kurs. Also wir beschäftigen uns mit Weißwein, Rotwein und Roséwein. Weiter geht es dann mit dem achten Kurs, den sogenannten Orange Wines oder Amphorenweine. Was genau das ist, erfährt ihr dann in diesem Kurs ganz genau. Dort behandeln wir auch georgische Weine, die allgemein als der Ursprung des Weins schlechthin gelten. Kurs 9 und 10 beschäftigen sich dann mit Schaumweinen. Im 9. Kurs geht es um weiße Schaumweine und die grundlegenden Herstellungsmethoden, insbesondere um die Champagner als Region und das Champagnerverfahren, also die traditionelle Flaschengärung. Und im Kurs 10 geht es dann um die besonderen roten Schaumweine. Kurs 11 befasst sich dann mit den Süßweinen, das heißt Weine, die besonders viel Restzucker haben. Da gibt es verschiedene Varianten, wie es zu der Konzentration des Zuckers kommt. Und in Kurs 12 behandeln wir noch die leckeren Likörweine. Soll heißen, das sind meist süße Weine, die einen erhöhten Alkoholgehalt haben. Darunter fällt zum Beispiel auch Portwein. Last but not least, Kurs 13 wird nochmal sehr praktisch und wichtig. Es geht nämlich um die ganz konkrete Frage, wie kombiniere ich Wein und Speisen optimal. Anhand von vier Weinen aus den Vorgängerkursen probieren wir vier stellvertretende Speiseproben im Kreuz quasi, um herauszufinden, was grundsätzlich harmoniert und was man vielleicht besser sein lassen sollte. Garniert mit noch ein paar praktischen Tipps und Anregungen, sodass die nächste Weinspeisenkombination dir relativ schnell viel besser gelingen sollte. Wer darüber hinaus noch Fragen hat, den biete ich in Zukunft auch an, eine persönliche Online-Weinverkostung für 59 Euro die Stunde. Und dort könnt ihr mir dann quasi ganz detailliert nochmal Fragen zu eurem Wunschthema stellen. Wir können dort auch gemeinsam Weine verkosten, ganz nach deinem Wünschen und Interessen. Die Weine müsstest du mir dann natürlich aber zur Verfügung stellen. Nochmal zusammengefasst, bei mir auf der neuen Seite www.online-weinkurs.de findet ihr 13 Kurse, zwei davon reine Theorie, elf mit Weinprobe. Der erste Kurs biete ich euch an für 9 Euro als Corona-Special und alle anderen Kurse, um es möglichst einfach zu halten, biete ich euch für 19 Euro an. Die Weine gibt es im Zweier- bis Vierer-Set, starten ab 24,90 Euro. Es gibt die Weine aber auch im preisgünstigen Vorteilspack, zum einen für die ersten fünf praktischen Kurse. Dort findet ihr dann zwölf Weine für 145 Euro oder aber auch das Gesamtpaket mit allen 23 Weine für 329 Euro. Die schönen Salto-Weingläser gibt es für 28,90 Euro und die individuelle Online-Weinprobe gibt es für 59 Euro die Stunde. Ja, wann geht's los? Der Start ist geplant am 20.06. Dort werden dann die Kurse online gehen. Vielleicht schaffe ich es nicht ganz, alle Kurse zu diesem Zeitpunkt wegen Corona fertigzustellen, aber auf jeden Fall könnt ihr ab 20.06. die ersten Kurse bei mir schon kaufen und auch gleich die Salto-Gläser mitbestellen. In der Zwischenzeit lege ich euch nochmal meinen Podcast ans Herz Weinverstehen leicht gemacht auf der Seite www.weinpodcast.de oder auf jeder Plattform wie Spotify, iTunes oder auch auf YouTube. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch alles Gute, Gesundheit, leckere Weine im Glas und ich würde mich selbstverständlich freuen, dich ab dem 20.06. auf meiner Homepage online-weinkurs.de begrüßen zu dürfen. Bis dahin, wie immer, genussreiche Grüße aus München. Euer Florian.